Ich wünsche euch viel Spaß bei Podcasts rund um den Lustregen. Herzlich Willkommen zum Podcast rund um den Brustringen. Mein Name ist Dennard. Mein Name ist Jenny. Und mein Name ist Erik. Und dies ist Folge 83 des Podcasts. Ja, eigentlich hätten wir in Folge 83 über das Auswärtsspiel des VfB beim SVW in Wiesbaden gesprochen. Das können wir aber nicht, weil dieses Spiel nie stattgefunden hat. Das hätten wir gewonnen. Hätten wir völlig überzeugend gewonnen. Wahrscheinlich, ja. Genauso wenig wie das Spiel, was jetzt am Wochenende stattfindet, nämlich gegen Kiel. So war das letzte Spiel, was wir gesehen haben, was wir wahrscheinlich für lange Zeit sehen werden, das 1 zu 1 gegen Bielefeld. Ja, worüber wollen wir heute reden? Wir können natürlich nicht über Fußball reden. Wir werden es trotzdem versuchen, ein bisschen zu tun, weil das vorherrschende Thema, die Corona-Krise, natürlich auch den Fußball beeinflusst. Beziehungsweise ihn quasi nicht existent macht. Aber ich würde mal sagen, wir fangen erst mal an, mal so generell zu reden, wie es uns geht. Wie geht es euch beiden? Seid ihr gesund? Wie haltet ihr es aus zu Hause? Weil ihr seid ja wahrscheinlich auch größtenteils darauf beschränkt, euch zu Hause aufzuhalten, auch wenn es noch keine komplette Ausgangssperre gibt, oder? Erik, wie siehst du bei dir aus? Achso, ich wollte Ladies first jetzt. Achso, okay. Gut. Ja, habe ich kein Problem damit, fang ruhig an. Ja, ich bin ja jetzt zu Hause seit Dienstag, weil da haben bei uns die Schulen geschlossen und weil meine Frau arbeitet in so einem Bereich, der so kritisch ist, also mit Sanitätsversorgung und so weiter. Die sitzt da zwar im Büro und macht eher so rechtliche Sachen, aber trotzdem, das zählt halt dazu. Das heißt, mich hat es dann getroffen, jetzt mache ich hier Homeoffice, muss für den Kleinen so halb leere spielen. Andererseits muss ich auf Arbeit alles abliefern. Das ist schon echt heftig, inklusive Mittagkochen für drei Personen und so, wenn man sonst einfach in die Kantine gegangen ist. Also es sind schon, ja, so Sachen, mit denen, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht irgendwie, ja. Aber sonst so, also gesundheitlich fühle ich mich halbwegs fit, aber es ist ja so, viele haben ja auch irgendwas und die merken es selber gar nicht. Deswegen, es dient ja auch zum eigenen Schutz, dass man drinnen bleibt und nicht so viel mit anderen Kontakt gerät. Und ja, deswegen ist das schon ganz gut, wenn man da mal eine Weile zu Hause bleibt. Sicher, sicher, ne. Und Jenny, bei dir? Ja, also ich bin auch nach wie vor fit, bezüglich zu Hause bleiben war es oder ist es ja jetzt bei mir so, dass ich im Moment eh Urlaub habe. Also dementsprechend ist diese Arbeitssituation jetzt nicht das Schlimmste oder das, was mich jetzt irgendwie, wo sich jetzt bei mir irgendwie was verändert hätte. Tatsächlich ist es so, dass es, ja, im Endeffekt halt alles so ein bisschen ein ungutes Gefühl ist. Und eben auch diese, wie krass sich das Ganze hochgeschaukelt hat. Wie schnell vor allem. Ja, also im Endeffekt, wir haben, heute habe ich auch mit einer Bekannten drüber gesprochen. Wir haben im Januar noch drüber gelacht, ob wir jetzt zum Chinesen zum Abendessen gehen können oder ob das vielleicht wegen Corona zu gefährlich ist. Ich habe beim Bielefeld-Spiel, hätte ich nie erwartet, dass es jetzt das letzte Spiel ist, das wir für eine lange Zeit im Stadion sehen. Man konnte halt dieses ganze Ausmaß, das das ganze Thema annimmt, einfach gar nicht greifen. Und die Zustände, die wir jetzt im Moment in Deutschland haben, also Zustände jetzt nicht negativ gemeint, sondern jetzt einfach so als generellen Ausdruck. Das war einfach 0,0 absehbar und sowas hat auch unsere Generation einfach noch überhaupt nicht erlebt. Und das ist schon erschreckend, wie schnell das gehen kann. Dein Pferdchen wundert sich jetzt, dass du den ganzen Tag immer da bist. Man sieht es ja in deinen Insta-Stories, meine Tochter auch. Ja, also der Kater wundert sich, dass ich den ganzen Tag da bin. Und wie gesagt, bei uns im Stall gibt es jetzt halt auch schon Einschränkungen. Also da ist es auch so, dass halt nur noch der Pferdebesitzer selbst zum Tier darf. Wir haben jetzt solche Passierscheine vorbereitet bekommen, falls diese Ausgangssperre kommen sollten. Denn, dass wir halt ein Tier zur Versorgung haben und dass wir da noch hin dürfen müssen im Endeffekt. Und ja, es ist aber halt manchmal echt erschreckend, mit welcher Leichtfertigkeit manche Leute trotzdem noch damit umgehen. Also wir wohnen ja relativ ländlich und es ist schon krass, wie viel sich dann noch irgendwo bei uns Empfänger treffe und einen Grill aufstelle, irgendwelche Jugendliche. Und wo dann die Shisha irgendwie wie durchgeht und jeder an die Shisha zieht, ohne sich da irgendwie Gedanken überzumachen. Und wie gesagt, man hat jetzt auch bei uns im Stall schon das Thema, dass wir da Eltern, die halt mit ihren Kindern plötzlich dastanden und mit ihren Kindern bei uns im Stall wollten, mehr oder weniger im Gelände verweisen musste, weil es ist halt nicht so, dass im Endeffekt, wir machen das ja auch nicht aus Spaß und es ist nicht lustig Pferd streicheln angesagt. Also wir haben da sonst kein Problem damit, aber in der Extremsituation ist es halt einfach nochmal was anderes. Ja und man macht sich dann halt auch so generell seine Gedanken über das Thema Gesundheitssystem, Pflegeberufe und solche Dinge und da bin ich ja durch meinen beruflichen Hintergrund auch einfach ein bisschen anders eingebunden oder anders eingestellt. Und da muss man einfach sagen, dass man da denke ich in den letzten Jahren viel versäumt hat, weil viele Krankenhäuser sich einfach sehr stark profitorientiert verhalten haben. Und die Auswirkungen sind im Endeffekt jetzt in so einer Krise durchaus zu spüren, wobei ich glaube, dass Deutschland trotzdem noch sehr gut aufgestellt ist, was jetzt dieses medizinische System oder dieses Gesundheitssystem an sich angeht. Aber auch nur, wenn wir die Kurve flach halten, also deswegen auch an dieser Stelle eindringlich Appell an alle, keine Corona-Partys, kein Grillen. Ich glaube, es gab ja die neueste Beschlussverfügung, wie man es auch mal nennen will, ist ja, dass Gruppen von maximal, Gruppen von mehr als drei Personen verboten sind in Baden-Württemberg. Bei uns in Hessen sind es fünf. Ich wohne ja in Darmstadt, aber in Bavü sind es, glaube ich, höchstens drei. Genau. Für mich hat das so ein bisschen das Gefühl oder für mich wirkt das so nach dem Motto, ihr könnt euch nicht benehmen, dann kriegt ihr das Hausarrest. Also es ist scheinbar wirklich notwendig, wenn du, wie du es auch gerade so beschrieben hast, es ist halt schon krass. Es ist einfach so eine krasse Einschränkung, wo ja es aber logischerweise keiner irgendwie sagt so, hallo, warum macht ihr das jetzt? Weil es irgendwie nachvollziehbar ist, weil die Leute es anders nicht checken scheinbar. Also deswegen bin ich mal gespannt, ob das klappt und ob das, wie lange das Gesundheitssystem da auch durchhält. Ich glaube, es ist halt auch einfach zu diffus, die ganze Situation und es ist halt zu wenig greifbar. Wenn da jetzt Leute irgendwie umkippen würden oder wie bei World War Z in dem Film, wenn sich die Leute anstecken, dann gleich zu Zombies wären oder so, jetzt mal ganz krass gesagt. Dann ist es irgendwie sichtbar und greifbar, aber hier haben vielleicht viele dieses Virus irgendwo in sich und merken halt gar nichts. Sie übertragen es aber und irgendjemand, der eine Vorerkrankung hat, der bekommt das dann. Und das Fiese an diesem Virus ist auch, kam auch heute in so einer Sendung, dass es teilweise auch Leute gibt, gerade ältere Leute, die bekommen auch kein Fieber weiter. Die werden einfach nur immer kurzatmiger, so lange, bis sie halt wirklich, weil die Lunge das wenig, den Sauerstoff dann nicht mehr richtig umwandeln kann. Und dann irgendwann kippen sie halt um, weil sie nicht mehr genügend Sauerstoff bekommen. Und dann ist es schon fast zu spät, dann müssen sie eigentlich sofort beatmet werden. Und das ist halt das Fiese, ja, das ist so schleichend. Es ist nicht wie eine normale Krippe, wo du dann irgendwie, wo es dich wegfledert und liegst im Bett und hustest und schniefst und so. Sondern das kommt dann so ganz schleichend und du merkst es vielleicht gar nicht. Und gerade die Jüngere, die haben vielleicht überhaupt keine Symptome, geben es aber ohne Ende weiter, ja. Das ist ja das Fiese an dem... Deswegen, also passt auf euch auf, bleibt drin, befolgt das. Das klingt zwar jetzt alles ein bisschen blöd und das Wetter ist auch schön draußen und so weiter. Aber bleibt trotzdem drin, ja, ihr gefährdet. Spätestens dann, überlegt euch in eurem Bekannten, Freundes, Familienkreis, irgendwo gibt es da vielleicht eine ältere Person, der sagt, okay, wenn es jetzt da die liebe Omi oder die liebe Tante oder sowas, wenn die jetzt plötzlich ins Krankenhaus muss wegen sowas, ja, und ich bin da vielleicht dran schuld oder so, dann wäre da vielleicht aufwachen, aber dann ist es zu spät. Ja. Was ich noch sagen wollte, weil du gesagt hast, sowas haben wir noch nicht erlebt. Ich habe ja vorhin mit meiner Oma telefoniert und meinte halt auch so, die natürlich auch irgendwie schon aufgrund des Altersrisikogruppes ist, und ich meinte halt auch zu ihr, sowas hat es da irgendwie seit dem Krieg nicht gegeben, dass du so einen starken Einfluss aufs tägliche Leben so hast. Was ich meine, klar, es fallen hier keine Bomben vom Himmel und es sterben irgendwie jetzt nicht, also sterben viele Menschen, aber halt nicht so sichtbar, wie das halt im Krieg der Fall ist, aber wenn man sich anguckt, wie sich einfach, also komplett wirklich alle Lebensbereiche verändern, über den Fußball sprechen wir ja später noch, aber vom Einkaufen, vom, ich meine, wir haben ja eine kleine Tochter, wir müssen, wir gehen mit der, solange wir es noch können, zumindest mal einen kleinen Spaziergang hier im Park, weil die sonst einen Lagerkoller kriegt zu Hause, aber die Geschäfte sind zu, das sind kaum noch Leute, zum Glück größtenteils unterwegs, aber wirklich dieses, das komplette Leben, irgendwie alle Lebensbereiche sind davon betroffen, aber selber bekommt man, wenn man halt drin bleibt in seinen eigenen vier Wänden halt nicht so wahnsinnig viel mit, außer dass halt irgendwie, ja, also man ständig die Tagesscheibe irgendwie einem eine neue Notification schickt und man halt keinen Sport im Fernsehen gucken kann, was ja auch irgendwie so, für mich so der krasseste, das krasseste Zeichen dafür war, dass irgendwas nicht stimmt, wenn wirklich gar kein Sport im Widerfeld, oder Fußball ist ja immer, also jetzt gerade im März, irgendwo wird ja immer Fußball gespielt, ne, und, ja. Und gerade bei uns, ich meine, beim VfB, da gab es doch immer irgendwas, irgendwas war doch immer, deswegen blieben ja auch der Podcast, deswegen gibt es auch so viele Podcasts rund um VfB, okay, äh, es gab immer irgendwas zu diskutieren, da war noch nie Ruhe drin in der letzten Zeit. Und jetzt auf einmal eine Seelenruhe, nur so positive Nachrichten, so, ja, hier finden sich mal welche, die soziale Projekte machen und der und der, aber da kommen wir ja später vielleicht noch hin. Ja, genau. Ähm, ja, ey, es ist richtig komisch, dass mal so eine Ruhe im Verein, das hätte ich mir gern mal in der Saison gewünscht, dass einfach mal so eine Ruhe ist, dass man im ruhigen Fahrwasser ist und, ja. Was haltet ihr denn, was haltet ihr denn, das habe ich gerade noch, ähm, irgendwo gelesen, was haltet ihr denn von der Diskussion oder, beziehungsweise andersrum, äh, ich fange mal andersrum an, man hat ja so irgendwie gesehen, dass in Venedig das Wasser wieder klarer wird und die, die Schwäne wieder zurückkehren und so, äh, was haltet ihr denn von der, von der Ansicht, dass irgendwie diese Krise, ähm, insofern, äh, was Gutes hat, als dass irgendwie ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet oder dass irgendwie der Naturschutz wieder mehr in den Vordergrund rückt oder so, was seht ihr das aus? Weil ich habe da ehrlich gesagt so meine Zweifel, ich bin da ein bisschen, ein bisschen pessimistisch, aber ich möchte mal eure Meinung dazu hören. Also, ich finde es natürlich schon sehr schön, dass jetzt zum Beispiel in Venedig in den Kanälen das Wasser wieder sauber ist und dass man da dann schon vielleicht drüber nachdenkt, ähm, wenn die Krise tatsächlich überstanden ist, vielleicht irgendwie schärfere Sanktionen, wenn man da Müll reinwirft, ähm, weniger Bote oder sonstige Dinge. Aber die Frage ist halt im Endeffekt, ähm, wie viele negative Auswirkungen hat das im Endeffekt auch auf Tourismusbranche, auf ähm, sonstige Dinge vielleicht, also wahrscheinlich wird es nachher im Umkehrschluss so heißen, ja, Klimawandel, dafür haben wir jetzt keine Zeit, wir müssen jetzt erst mal gucken, dass wir wieder Geld verdienen, ihr wollt ja alle eure Jobs behalten und dementsprechend im Moment schön und gut und ich finde auch, ja, es sind tolle Entwicklungen, aber, ähm, ich, also im Moment habe ich noch nicht das Gefühl, dass uns das jetzt in irgendeiner Art und Weise, ähm, nachhaltig, ähm, verändern wird. Das Einzige, was ich jetzt tatsächlich in den letzten Tagen auf Twitter gelesen habe, ist, dass zum Beispiel Spanien wieder drüber nachdenkt, ähm, ihr ganzes Gesundheitssystem und die Krankenhäuser wieder zu verstaatlichen, ähm, und solche Dinge finde ich dann eher als positive Entwicklung, ähm, es wäre natürlich auch schön, wenn das, das mit der Natur irgendwie, ja, wenn das auch eine positive Entwicklung da davon wäre, aber das muss man jetzt einfach abwarten, wie, wie es da weitergeht. Es gab ja, bevor das jetzt losging mit, äh, Corona und so, ähm, gab es ja, ähm, so Diskussionen hier, Klimawandel und so weiter, das ist ja nun unbestritten, dass der stattfindet, das ist ja nun wissenschaftlich erwiesen, da kann es ja auch keine, keine Meinung darüber geben, manche denken ja, das wäre eine Meinung von irgendjemandem und da gab es ja riesen Diskussionen und da gab es auch viele, die dann solchen Spinnern auf den Leim gegangen sind und irgendwelchen Quatsch, Face, äh, WhatsApp und sonst was geteilt haben, ähm, und ich hoffe einfach, weil man hat ja jetzt gesehen, dass durch die Einschränkungen im Flugverkehr, durch die Einschränkungen, äh, mit, äh, der Kreuzschifffahrt, da zum Beispiel in Venedig, dass da, ähm, jetzt hat man ja plötzlich gesehen, hey, wenn wir das einschränken, dann hat es ja wirklich positive Effekte auf unser Klima, dass dann wenigstens die, also nicht die großen Spinner, die kriegt man ja eh nicht eingefangen, das sind wie religiöse Fundamentalisten, wenn die sich einmal in sowas verrannt haben, die kriegst ja nicht, äh, von was anderen überzeugt, aber die, die solchen Spinnern auf den Leim gegangen sind und die gesagt haben, ah, vielleicht ist ja doch was dran oder so, ähm, dass, dass das gar nicht stimmt und so und warum soll ich mich jetzt ändern, die kriegen jetzt einfach mal vor Augen geführt, hey, jetzt ist mal sowas da, jetzt muss, zwangsläufig, äh, hat sich jetzt was geändert und du siehst, es hat sich zum Positiven geändert für die Umwelt, also es bringt durchaus was, ja, und vielleicht sollten wir da auch, ähm, an dem Strang weiterziehen und gar nicht erst, wenn dann die Krise wieder vorbei ist, dass alles wieder so hochfahren, wie es vorher war, ja, deswegen, das, das ist so meine kleine Hoffnung, ich, äh, hab da ja immer noch so ein grünes Herz in mir, oder? Ja, voll verständlich und da kann ich ja voll mit deiner Meinung mitgehen, das wäre wirklich schön, aber, ja, keine Ahnung, weißt du, ich finde dann wieder irgendeine Aluhut-Ausrede. Ja, na gut, also ich halte momentan sowieso, ich bin ja ein sehr, sehr großer Freund von, ähm, von allen neuen technischen Sachen und Apps und ich bin da so ein Early Adopter und wenn es ein neues soziales Netzwerk gibt, melde ich mich an und sonst was, ich probiere das aus, ich will wissen, wie funktioniert das und will da reinsteigen, aber ich halte, seit ungefähr anderthalb bis zwei Jahren halte ich WhatsApp für die größte Seuche des Planeten, also weil, da, WhatsApp wird halt von, von allen gefühlt genutzt, auch von sehr vielen, die wirklich völlig bedenkenlos, ohne mal drüber nachzudenken, irgendwas einfach weiter teilen, was dann einfach gleich so einen riesigen Impact auslöst, ja, wo dann gleich so eine Multiplikator, ähnlich wie der Virus, ja, einer steckt zweieinhalb an und die teilen es auch nochmal weiter und dann zack, 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 hast du plötzlich hunderttausend Leute mit irgendwelchen Bullshit da erreicht und da sind viele Leute dabei, die sich nicht mal die Gedanken machen und sagen, ey, kann das überhaupt stimmen, was da jetzt hier drin steht in dieser News, die schon sehr fishy geschrieben ist, wo ich schon denke, oh, das stimmt doch irgendwas nicht, ja, gibt's einem bei Google, kommst du irgendeinen Link, ja, ist Bullshit, ist ein Hoax oder sowas, ja, aber das wird so leicht und es sind so viele ältere Leute, die das jetzt nutzen und die das einfach weiter teilen und dann einfach solche Sachen als gegeben annehmen, weil das ja geschrieben ist, auch jetzt im Zuge der Corona-Krise, was da für Zeug rumging, ey, Halleluja, ey, Leute, denkt drüber nach, bevor ihr irgendwas teilt, ja, jeder ist dafür verantwortlich, was er teilt, ja. Ja, da gab es einen Artikel, ich weiß nicht, ob es im Spiegel war, ich glaube, es war im Spiegel, warum wir eine digitale Hygiene brauchen, also quasi, ne, Ja, hast du, glaube ich, geteilt, gell? Ja, ja, genau, ne, ähm, ja, wo wir gerade bei Empfehlungen sind, was meint ihr denn, ähm, also, du hast ja gerade schon gesagt, Erik, es gibt, äh, also, vereint ist es ruhig, es gibt trotzdem relativ viele, äh, äh, Podcast-Folgen, auch zum Thema Fußball, ich habe ja verschiedene Fußball-Podcasts auch, äh, von anderen Vereinen abonniert, einfach mal ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben und, äh, so nach und nach bringt dann, hat den Jeter jetzt in der letzten Woche eine Folge rausgebracht, nach dem Motto, äh, so wie wir jetzt das auch machen, äh, okay, es ist zwar kein Fußball mehr, aber wir nehmen trotzdem auf, äh, auch um euch ein bisschen die Zeit zu vertreiben, ähm, wie wichtig ist das denn eurer Meinung nach, dass man jetzt, dass jetzt nicht plötzlich alle Fußball-Podcasts in den Betrieb einstellen, nur weil kein, äh, kein Spielbetrieb mehr ist, ähm. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass da, ähm, gerade jetzt in der Zeit, dass man so ein bisschen Normalität, gerade wenn man jetzt ein bisschen weiter entfernt ist von seinen Freunden, bekannten Kollegen, man ist irgendwo isoliert in einem Homeoffice, ist irgendwie beschränkt auf seine Familie, da ist es doch schön, wenn man wenigstens mal bekannte Stimmen wieder hört und so, also, gerade auch für die, für die Hörer, denke ich mal, ist interessant, bin ich auch gespannt dann auf die Kommentare, ihr könnt ja mal schreiben, äh, wie euch die Folge gefallen hat, jetzt mal abseits vom VfB, lasst einfach mal ein Kommi da, wie es so schön heißt, ja, und, ähm, dann könnt ihr uns ja mal schreiben, wie es euch gerade so geht und was ihr euch so für Gedanken macht, und, ja, ich denke mal, das ist, ich höre, also Fußball-Podcasts höre ich eigentlich jetzt gerade gar nicht, weil irgendwie gefühlt haben alle Podcasts, die ich so höre, äh, produzieren gerade Sonderfolgen, manche so täglich kurze Bits, ja, manche Podcasts, die sonst immer so einmal im Monat oder zweimal im Monat gepublished haben, die hauen jetzt täglich ein kurzes Bit raus, das finde ich sehr schön, da hört man halt so bekannte Stimmen wieder, ich habe ja auch angefangen bei mir bei Instagram jeden Morgen eine kurze Insta-Story zu machen und irgendeinen Film zu empfehlen, den man mal gucken kann, irgendwo auf Netflix oder irgendwo, weil, äh, ja, viele wollen sich ja Zeit vertreiben und so, ja, das kommt, denke ich mal, auch ganz gut an und, ja, ich weiß nicht, Jenny, was, was hörst du so, hörst du Podcasts oder? Also, ich war ja jetzt noch nie so der ganz große Podcast-Hörer, äh, Spaß, muss ich ja jetzt leider zugeben, also von dem her, ähm, höre ich jetzt gerade auch gar nicht so viel, ähm, ich muss auch nicht, aber nicht so eine Boombox hinten an den Sattel irgendwie machen und dann beim Reiten, das fährt bestimmt super. Ja, da hör man eigentlich, da hör man eigentlich eher Musik tatsächlich, ähm, wenn man reitet, weil, und auch nicht über Kopfhörer oder sonst irgendwas, sondern halt tatsächlich dann über, über Lautsprecher am Radio, weil es halt, ähm, muss halt schon deine Umgebung wahrnehmen, weil wenn irgendwas ist, dein Pferd rennt plötzlich los, ist halt nicht so ganz ohne. Ähm, ich hab tatsächlich eher wieder ein bisschen zum Buch zurückgefunden, ähm, also ich lese gerade relativ viel, ähm, und, ähm, merke, dass mir das so ein bisschen gut tut, also, ja, ich weiß auch nicht, was, und das macht mir gerade mehr Spaß wie Podcast hören, aber ich finde trotzdem gut, ähm, dass es halt auch sehr viel, ähm, informative Podcasts gibt, die sich gerade auch mit dem Thema, äh, Corona beschäftigen, also dieser, äh, Christian Drosten, ähm, der Virologe, der auch bei der Pressekonferenz vom RKI immer dabei ist, ähm, ist einfach ein super Typ, finde ich, ich finde, er hat, ähm, auch eine unglaublich, äh, gute Art, da über alles zu sprechen und, ähm, gerade sowas ist in der Zeit einfach wichtig, da unaufgeregte, ordentliche Informationen zu bekommen und, ähm, wie Erik ja auch schon gesagt hat, nicht irgendwelche Fake News, ähm, oder irgendein, ähm, Misch zu verbreiten und, ähm, auch die Fußball-Podcasts ist ja auch mal nicht schlecht, wenn man dann mal die Zeit hat, einfach mal über ein anderes Thema zu sprechen und da einfach auch mal seine Meinung, ähm, entsprechend kundzutun. Mhm, ja. Ähm, Leonard, wie ist es bei dir? Ihr habt mit dem Baby genug zu tun, oder? Ja, wir haben genug zu tun. Ich, manchmal, wenn ich so ein bisschen die Wäsche aufhänge oder abspüle, äh, und die Kleine schläft, dann, äh, dann höre ich mal ein bisschen Podcast, äh, rein, aber, äh, da ich jetzt auch keinen Arbeitsweg mehr habe, äh, sondern, also der Arbeitsweg ist halt ins Arbeitszimmer, wo ich euch jetzt aufnehme, ähm, ist natürlich, äh, auch nicht mehr so viel Podcast, aber prinzipiell, finde ich, es hilft den Leuten, glaube ich, schon, weil wenn du halt jede Woche diesen Podcast gehört hast, ob das jetzt unserer ist oder ein anderer, ähm, und, ähm, ja, einfach, es sich alles ändert, also man darf ja auch diese psychologische Komponente von dieser ganzen Krise nicht außer Acht lassen, es ändert sich irgendwie alles, du kannst nicht mehr, äh, Veranstaltungen besuchen, die du vorher, also du kannst nicht mehr zum Fußball gehen, du kannst nicht mehr irgendwie bei uns fallen, diese ganzen Babybespaßungssachen jetzt weg, irgendwie Babyschirmen und sowas, ähm, alles ändert sich so ein bisschen, ja, du musstest, kriegst ständig irgendwelche Updates, irgendwelche Verfügung, darfst dies und jenes nicht mehr machen, aus gutem Grund natürlich, und ich glaube, wenn du dann halt so was hast, wie, äh, eben, äh, so ein Podcast, den du die ganze Zeit schon gehört hast, den du dann auch weiterhörst, ähm, dann, äh, hilft das den Leuten auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, sich abzudenken, aber vielleicht auch so ein bisschen nochmal wieder was gewohntes, äh, gewohnte Struktur einfach zu haben im Tag, also, keine Ahnung, also, zumindest, äh, kann ich mir das so vorstellen, ähm, Erik, du hast ja, wie wir, wie wir wissen, äh, neben uns noch einen zweiten Podcast, nämlich den Kinocast, äh, hast du denn, äh, aktuelle Empfehlungen, ich meine, das Kino kann man ja, glaube ich, nicht mehr, ähm, oder, die Kinos sind ja zu jetzt auch, aber man kann ja Netflix gucken. Es gibt tatsächlich, äh, während der Region Stuttgart, äh, zu Hause ist, äh, es gibt noch ein Kino, was geöffnet hat, aus gutem Grund nämlich, das ist Autokino. Wir haben ja eins der wenigen Autokinos hier in Deutschland, ähm, und da ist es halt so, du musst, äh, vorher online das Ticket kaufen, also, da findet kein persönlicher Kontakt mehr statt, ich glaube, der, der Ticketschalter ist auch nicht geöffnet, also, du fährst dorthin, lässt dann dein Ticket irgendwie einscannen, dann geht das auf, und dann geht auch alles mehr oder weniger automatisch, Snacks gibt's auch nicht, glaube ich, ähm, ja, kannst du Filme gucken, ja, und jetzt wettermäßig ist das ja okay, und sitzt er da maximal zu viert im Auto, das geht ja, aber die meisten sitzen eh nur zu zweit, und so, ähm, ja, deswegen, also da kann man hingehen, ist hier bei Ludwigsburg, wer da Bock auf Kino hat. Wir haben jetzt, ähm, dadurch, dass natürlich auch viele Filmverleiher die großen Filme irgendwie nach hinten geschoben haben, weil sie natürlich wissen, die Kinos sind geschlossen, guckt sich keiner an, das wäre ein riesen Flop, ähm, hat jetzt auch das Kino in Cornwestheim natürlich das kleine Problem, dass sie nicht mehr genügend Nachschub bekommen, jetzt haben sie, äh, zeigen sie auch ein paar ältere Filme, haben sie zum Beispiel so eine Horrorreihe, sind schöne Sachen dabei, auch preislich günstiger natürlich, als wenn man in einen nagelneuen Film geht, also, ist empfehlenswert. Und, äh, ich hab auch noch eine Empfehlung, weil wir grad mit Podcasts hatten, ähm, es gibt ja auch viele so YouTube-Kanäle und sonst was, es gibt ja ein Internet, äh, 24-7-Live-Sender, nennt sich Rocket Beans TV, von ehemaligen Mitarbeitern von GIGA und GameOne und so gegründet. Und die haben natürlich auch, dadurch, dass sie in Hamburg sitzen, haben die natürlich auch, sind die hart getroffen, ähm, die sind fast alle im Homeoffice und, ähm, schalten sich dann immer so zusammen, also, die haben dann so speziell ein neues Programm entwickelt, äh, was sie da senden. Und da zeigen die auch zum Beispiel, gibt's halt so coole, kleine Browserspiele, wo man jetzt nichts weiter installieren muss, großartig. Ähm, da haben sie heute zum Beispiel Montagsmaler gespielt, wer das noch kennt. Also, einer zeichnet was, die anderen sehen das, ähm, in diesem Game, ja, und die müssen dann raten, was es ist, können das dann so eingeben und so. Und lauter so lustige Sachen, wie man sich die Zeit vertreiben kann und die haben halt auch ganz andere Themen. Also, ruhig mal reingucken, rocketbeans.tv gibt's auf, äh, YouTube, 24-Stunden-Livestream oder auf, ähm, Twitch. Oder wenn man hier Apple TV hat oder hier Fire TV oder irgendwas, da kann man ja die App installieren. Ja, ähm, Kino-Tipps mit Fußball. Äh, ich hab da ein paar Sachen. Ähm, ich hab das so drei Kategorien. Einmal fiktional, einmal historisch und einmal Dokumentation und Gesundheit. Oh, ihr habt schon jemand über Corona. Nee, nee, nee. Nee. Also, ich hab, äh, bin Allergikerin und das ist jetzt in den letzten Tagen auch so ein bisschen schwierig, weil, äh, wenn es jetzt so warm ist und du halt draußen doch mal unterwegs bist und niesen musst, guckt dich jeder an, als hättest du einen Aussatz, aber ja, ist halt so. Gerade, gerade jetzt, wo es kaum noch Taschentücher zu kaufen gibt, ne? Ja. Ähm, also fangen wir mal an mit den Dokumentationen. Das sind noch, ähm, Sachen, ich sag dann auch, wo man die schauen kann. Ähm, also auf Netflix gibt's eine Dokumentation über einen bekannten Fußballer, nämlich Anton Griesmann. Eine Legende wird geboren, heißt die Doku. Äh, fand ich sehr schön, hat der, der Yannick und ich, wir haben die beide schon gesehen gehabt und haben uns schon mal kurz drüber ausgetauscht. Ist echt schön gemacht. Äh, mit vielen persönlichen Aufnahmen, ähm, begleitet ihn natürlich hier über die WM und so weiter. Und wie er damals angefangen hat, er wurde ja als zu klein aussortiert. Damals hat halt die französische, äh, ja, der französische Fußballverband eher so auf größere, wuchtigere Spieler gesetzt. Ähm, so wie Giroud zum Beispiel. Äh, so wie unser Gommes-Typ eher, ne? So, also so einen wuchtigen. Äh, und da haben sie ihn völlig, äh, nicht beachtet. Deswegen ist er ja dann nach Spanien gegangen, unter anderem nach, äh, San Sebastian zur Real Sociedad, wo ja auch Tayfun Korkut mal Trainer war. Und, ähm, da war ich ja auch schon das Stadion besucht und so weiter. Ja, und das stellt halt so diesen ganzen Weg dar, ja, ja, mit welchen, mit wie vielen Schwierigkeiten er auch zu kämpfen hat. Er ist ja wirklich als, ich glaube, als 14-Jähriger oder so, ist er wirklich von zu Hause weg, von Masson, wo er gelebt hat, was relativ in der Nähe hier zur deutschen Grenze ist. Und ist dann wirklich nach, nach Spanien runtergegangen. Das muss man dann auch erst mal machen, um da seinen Traum zu verfolgen. Sehr schöne Dokumentation auf Netflix. Anton Griesmann. Eine Doku auf Netflix, ähm, die nur indirekt was mit Fußball zu tun hat. 13. November, Angriff auf Paris, heißt die. Am 13. November fand ja damals, äh, 2015 Spielstadt Deutschland gegen Frankreich, was von Anschlägen erschüttert wurde. Und diese dreiteilige, äh, dreiteilige Doku bereitet diesen Tag nochmal komplett auf mit Filmaufnahmen, sehr vielen Zeugenberichten, sehr, sehr detailliert und mit Filmaufnahmen, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ähm, dann, ähm, die nächsten nur ganz kurz, weil wir noch mehr Themen haben. Das Wunder von Bern dürfte ja eh fast jeder gesehen haben. Schöne Aufbereitung gibt's bei Netflix verfügbar. Wer es nicht kennt, unbedingt gucken. Dann ein, auch ein filmhistorischer oder fußballhistorischer Film. Ähm, der ganz große Traum, heißt der. Da geht's darum, wie Daniel Brühl als Englischlehrer im Jahre 1874 quasi den Fußball nach Deutschland bringt, äh, nach Preußen, wo das am Anfang gar nicht so positiv aufgenommen wird, dieses wilde Spiel und so. Und, ähm, sehr schöner Film. Unbedingt mal angucken. Den gibt's auch bei Amazon, also nicht bei Netflix. Müsst ihr bei Amazon Prime gucken, wenn ihr das habt. Ähm, dann, ähm, ähm, einer, ein sehr, ja, lustiger und absurder Film. Fußball ist unser Leben, heißt der. Mit Uwe Ochsenknecht, Ralf Richter. Äh, da geht's aber mehr um Schalke, aber ist auch ganz witzig, weil der beste Schalke-Stürmer, der trifft irgendwie nicht mehr. Und die Fußballfans sagen dann, okay, komm, lass uns den einfach mal entführen, weil die kriegen so viel Geld und die machen nur Quatsch. Die trainieren nicht richtig. Wir trainieren ihn jetzt selber mal. Ähm, ja, kann man, hat, glaube ich, heutzutage, er ist sehr schlecht gealtert. Er hat aber so ein bisschen historischen Charme, da vielleicht mal angucken. Den gibt's bei Join. Kann man den gucken? Also Join ist ja momentan auch sogar in der Plus-Variante kostenlos verfügbar. Also die Dienste, die geben ja sehr viel, damit man wirklich zu Hause bleibt. Join ist ja auch so ein kostenloses Portal von, glaube ich, ProSieben oder so. Und noch einer ganz kurz oder eine Filmreihe, die heißt Goal, Ausrufezeichen. Da wird ein junger Mexikaner, Santiago Munoz, begleitet. Von L.A. kommt der. Und der wird von einem Talentscout entdeckt und kommt dann zu verschiedenen Vereinen und unter anderem auch so Real Madrid und so und kommt auch mit echten Stars, also mit den echten Fußballern aus der damaligen Zeit und so zusammen. Und das ist eine ganze Filmreihe. Ich glaube, es gibt zwei. Zwei gibt es auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es einen dritten Teil auch gibt. Der ist allerdings nicht im Flatrate-Paket verfügbar, allerdings bei allen möglichen Streaming-Diensten für eine relativ kleine Gebühr zum Ausleihen, irgendwie bei Amazon für 2,99 oder so. Goal heißt der. Ja, da ist sehr viel, sehr viel Fußball drin, auch so hintenrum, wie das funktioniert mit den Beratern und so weiter. So, also das waren meine Filmtipps in kurz und knapp. Ich hoffe, es war für euch was dabei, liebe Hörer. Ansonsten schreibt mal einen Kommentar, wenn wir es vergessen haben. Genau, wenn ihr auch noch Filmtipps habt, gerne her damit. Genau, ansonsten Podcast-Empfehlungen über den Corona-Virus-Update mit Christian Trosten bei NDR Info hatten wir schon gesprochen kurz. Der Ron und der Dani haben beide Nachspielzeit, zwei neue Folgen veröffentlicht. der VfB-SDR. Die haben auch mit dem Ron, ähnlich wie wir jetzt, über das Thema Corona und VfB gesprochen. Und 93 kann man sich, glaube ich, auch immer anhören, wenn einem langweilig ist und man über Fußball reden möchte. Die haben, glaube ich, auch eine sehr persönliche Folge aufgenommen. Und was ich auch ganz interessant finde und damit können wir, glaube ich, auch überleiten zum Thema VfB so ein bisschen. Es gibt von The Athletic gibt es einen Podcast, der heißt Stylecast, das ist Angst auf Englisch, mit Raphael Honigstein. Und da geht es ums Thema 50 plus 1 und was jetzt die Krise auf den Fußball für Auswirkungen hat. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch mal zum Fußball. Wir hatten ja schon gesagt, das letzte Spiel des VfB für wahrscheinlich lange Zeit war das Heimspiel gegen Bielefeld. Dann wurden ja schon die ersten Spiele in der Woche als Geistespieler ausgetragen, Gladbach gegen Köln beispielsweise, wo sich dann die Leute vor dem Stadion versammelt haben, was dann auch irgendwie relativ sinnfrei war und sozusagen der Verbreitung oder der Eindämmung des Virus nicht gerade zuträglich. Und beim VfB, beziehungsweise beim SVB in Wiesbaden, da hat es, glaube ich, bis Freitagmittag gedauert, bis die das Spiel abgesagt haben. Und auch generell hat sich die Liga ja sehr geziert, irgendwie Spiele abzusagen, Geistespiele anzusetzen, auch das VfB-Spiel. Ich habe ja mich vor dem Bielefeldspiel noch darüber geärgert, dass die Leute das so auf dem VfB gezeigt haben, weil dieses Spiel noch stattfindet. Im Nachhinein kann ich es ein bisschen verstehen. Wie fandet ihr denn den Umgang vom Profifußball generell mit dem Thema Spielabsage? Also im Endeffekt hätte schon der Spieltag, der jetzt quasi noch stattgefunden hat, also inklusive das Bielefeldspiel, meiner Meinung nach nicht ausgetragen werden dürfen. Irgendwie so richtig reagiert, hat man dann erst, nachdem dann mehrere Profi-Clubs Fälle in ihren Reihen gemeldet haben. Also es war so für mich sehr verhallt, da ist es so richtig, ja, so eine richtige stringente Handlungsrichtung konnte man lange Zeit einfach nicht erkennen und musste dann mehr oder weniger auch durch die ganzen Bundesländer oder beziehungsweise durch die Verordnungen, die dann auch von oben kamen, gedrückt werden gefühlt. Also schwierig irgendwie. Ja, also keine Ahnung, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass die am liebsten, also dass die, wie du gerade sagst, die mussten quasi dahingetragen werden, dass sie die Spiele absagen. Ähm, das ist natürlich auch immer die Frage, ähm, warum. Es wurde ja dann erst neulich auch gesagt, was die finanziellen Auswirkungen angeht, dass man halt so lange wie möglich versucht hat, noch Reisterspiele auszutragen, wegen der finanziellen, ähm, einfach, weil halt gar keine Spiele und auch keine, äh, übertragenen Spiele, ähm, äh, die Vereine halt Geld kosten. Also angeblich war ja, war es ja wohl so, dass nach dem 26. Spieltag, das wäre jetzt der, äh, letzte gewesen, dass da wieder eine Ausstüttung von Fernsehgeldern gewesen wäre, ja, schwierig. Also ich muss im Nachhinein sagen, also, keine Ahnung, ich kann natürlich mich schwer hinstellen und sagen, ich hätte das alles schon machen sollen, wenn ich selber noch gesagt habe, oh gut, dass, äh, VfB gegen Bielefeld noch mit Zuschauern stattfindet, es entwickelt sich halt einfach alles so schnell, dass man irgendwie, äh, innerhalb von ein paar Tagen seine Meinung, so wie ich das getan habe, relativ stark ändert. Ähm, ja, und die Frage ist halt auch jetzt, wie geht's weiter mit der Saison, ne, also, ähm, wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, im Kicker hat jetzt jemand gesagt, äh, auch ein Virologe, glaube ich, er hält's für unrealistisch, dass er, dass dieses Jahr, äh, noch Spiele stattfinden, es gibt eine Verordnung in Baden-Württemberg, dass bis 15.06. alle Sportstätten geschlossen sind, ähm, das muss aber nach Aussage der Landesregel nicht unbedingt heißen, dass es auch so lang ist, nur, das ist halt sozusagen, erst mal das, was wir beschlossen haben, es kann sein, dass auch schon früher aufgemacht werden, äh, und der, äh, Ed Caliber 18390 hat uns dann eine Frage zugestellt, wie fändet ihr es, wenn diese Saison abgebrochen wird und wir so aufsteigen? Ich für meinen Teil wäre nicht gerade stolz darauf, auf diesem Weg aufzusteigen, äh, Erik, wie siehst du's? und was glaubst du, was passiert? Das ist natürlich schwer zu sagen gerade, ne? Also ich glaube, so einen Fall gab's ja noch nie, so, dass sowas so drastisch, äh, ich glaube, da müssen die jetzt selber auch erstmal sich irgendwie zusammensetzen, da irgendeine Lösung finden und, ähm, dann schauen wir einfach mal, wie die Lösung aussieht. Zu dem zweiten Teil der Frage, ich wäre nicht gerade sehr stolz darauf, auf diesem Weg, das wäre mir egal, da bin ich, also, wenn wir, wenn wir auf diesem Weg halt aufsteigen, dass das jetzt abgebrochen wird und irgendwie die, die ersten vier von der zweiten Liga steigen alle auf und wir haben in der ersten Liga, äh, halt zwei, zwei Mannschaften mehr drin, äh, das wäre mir so egal erstmal, wenn das dann, äh, ein Jahr später wieder aussortiert wird, also das wäre mir echt egal, wenn's halt, wenn's halt so ist, die Entscheidung liegt ja nicht bei uns, wir sagen ja nicht, äh, wir wollen jetzt aber, äh, und klagen uns da irgendwie rein, das, das wäre ich dann, würde ich dann nicht so, toll finden, aber, wenn das jetzt von, äh, von dem festliegenden Gremium, wer ist das, DFL oder so, ja, beschlossen wird, äh, was weiß ich, so ist es, na, dann ist es halt so, ja, dann sind, warum, warum soll man dann, ja, ansonsten hätten wir halt die restlichen Spieler noch gewonnen, dann wären wir auch aufgestiegen, ich meine, es wäre schöner gewesen, wenn wir wieder Platzsturm gemacht hätten und die Phantas da gespielt hätten auf dem Vasen, aber, ja, was nicht ist, das ist halt nicht. Wobei das beim zweiten Aufstieg in drei Jahren irgendwie auch so ein bisschen seinen Reiz verliert, Platzsturm, also. Naja, es geht halt im Endeffekt die ganze Emotionalität verloren und ich muss ja da jetzt nicht unbedingt nur an der VfB Stuttgart denken, aber wenn ihr euch mal vorstellt, so ein Verein wie, äh, Arminia Bielefeld, die im Endeffekt da mehr oder weniger was Historisches geschafft haben für den Klub und, ähm, die haben jetzt gar keine Möglichkeit irgendwie eine Meisterschaft zu feiern, ja, sondern da ist dann einfach vorbei und gut ist, ja, ähm, oder jetzt zum Beispiel, ähm, äh, Liverpool ist ja in England auch so ein Beispiel. Ja, die waren seit 30 Jahren noch die Meisterschaft. Ja, genau, und die waren jetzt vielleicht auch einfach nur, ähm, mehr oder weniger schriftlich Meister und, ähm, das sind halt so Dinge, die mir dann im Endeffekt irgendwie so tief in meinem, ähm, ähm, Fußballromantikerherz, einfach sehr leid tun würden, ähm, wenn es denn so kommen würde, aber ich denke, durch die Flexibilität, dass die, äh, EM jetzt einfach verschoben ist, hat man ja einfach auch noch ein bisschen mehr Zeit, ähm, und wenn wir uns jetzt alle ganz, ganz stringent an alles halten, ähm, möchte ich einfach vorsichtig optimistisch sein, dass wir vielleicht auch noch mal, ähm, in 2020 ein Stadion betreten können und, ähm, gegebenenfalls dann irgendwie, ja, verkürzt die Saison zu Ende spielt oder was auch immer. Also, es liegt gar nicht unter unserer Hand, aber wie gesagt, einfach vor dem Hintergrund, dass es einfach für viele andere auch schade wäre, ja, aber andererseits geht es natürlich auch um Gesundheit, es ist halt immer so eine Frage, also, ja, ganz schwierig. Ja, ich finde halt, ich finde halt diese Diskussion so, ja, wir haben nicht stolz, so aufzusteigen oder die können nicht feiern und die können nicht feiern, das sind so diese, in Anführungszeichen, First-World-Problems. Ich mache mir viel mehr aus fußballromantischer Sicht Gedanken um die kleineren Vereine. Ich sehe es jetzt da, wo mein kleiner Junge zum Beispiel, äh, Fußball spielt oder so, ähm, die haben viel mehr zu kämpfen, weil natürlich auch die Sponsoren, denen geht es ja auch schlecht. Das sind häufig kleine, kleine Unternehmen, die da irgendwo in der Region verankert sind, die da irgendwie so einen kleinen Fußballverein, wo die Kids, die Bambinis oder die Jugendlichen spielen, äh, da irgendwie mal so, weiß nicht, 1000 Euro im Jahr oder 2000 Euro sponsern und die, die Unternehmen, die denen das sponsern, denen geht es jetzt auch schlecht, ja, die sind ins Kippeln geraten, ja, und dann können die auch nicht mehr so finanziell die kleinen Vereine unterstützen und die Vereine selbst, die haben ja auch, ähm, also hier unser Verein, die hatten ja auch Spielbetrieb, wo sie halt so ein bisschen was verkauft haben, auch immer, wo ein bisschen Geld reingekommen ist, ja, meine Frau hat auch manchmal mit ausgeholfen und verkaufen und so, da kommt halt jetzt kein Geld rein, ja, und die haben ja Kosten weiter, die haben natürlich viele, viele Ehrenamtliche, aber bestimmte Sachen kosten halt einfach Geld und da mache ich mir aus fußballromantischer Sicht eher Gedanken um die kleineren Vereine, die dann auch wiederum den Nachwuchs ja bringen für die nächsten Jahre, muss ja auch irgendwo herkommen, das kommt ja nicht, die kommen ja nicht von 0 auf 100 zum VfB Stuttgart und sind dann da, sondern, oder der VfB, selbst der VfB, der hat ja, der sortiert ja gewaltig aus, ja, so von, aus der Region hier, das kriege ich ja mit, wenn da so Sichtungsspiele sind, ja, wie viel dann wirklich mal eingeladen werden, hier aufs Trainingsgelände in, in Cannstatt und wie viel dann überhaupt noch, überhaupt noch mal eine zweite Chance kriegen, ja, also, das muss halt wirklich in den kleinen Vereinen irgendwo passieren und da mache ich mir eher Sorgen, dass die alle sauber durchkommen. Das ist halt schon heftig, weil im Endeffekt jetzt auch schon im Vorgriff ganz viele Festle, wie man bei uns im Schwäbischen ja sagt, im Sommer auch schon abgesagt wird, also bei uns im Verein ist es tatsächlich auch so, wir haben halt im Endeffekt ein großes Vereinsfest, das über den ersten Mal geht und das ist eigentlich unsere Haupteinnahmequelle vom Verein her und da bricht halt schon ganz schön was weg und ich muss auch ehrlich sagen, ich mache mir jetzt um den Fußball und um diese Fußballvereine, die Bundesliga ist der weniger Gedanke, ich mache mir viel mehr Gedanken um viele andere Sportler, zum Beispiel um viele Leichtathlete, die vielleicht jetzt noch eine Olympianorm noch nicht erreicht hätten und noch eine Chance drauf hätten, an Olympia teilzunehmen, aber im Moment einfach gar keine Wettkämpfe mehr laufen können. Das hat ja auch Lennart Brinkhoff in unserer letzten Folge schon angesprochen, diese ganze Turnerrinne, diese, sei es Volleyball jetzt, Allianz MTV Stuttgart, ist jetzt mehr oder weniger aus der Champions League ausgeschieden, weil es im Endeffekt kein Rückspiel mehr geben konnte in Italien. Das sind halt alles so Dinge, diese Vereine gehen meiner Meinung nach schneller kaputt, wie jetzt zum Beispiel in der VfB Stuttgart oder keine Ahnung, FC Bayern oder wie auch immer. Das ist glaube ich, was, darüber sind wir uns gar nicht so bewusst und wenn sich dann halt so jemand wie ein Präsident vom IOC hinsteht und sagt, ja, so ein Fußballspiel kann man absagen, aber das sind Olympische Spiele, das kann man nicht so einfach absagen. In der jetzigen Situation finde ich das halt schon grenzwertig, weil für viele Sportler ist das vielleicht die letzte Chance auch in der Karriere, das nochmal zu tun. Und ja, das ist dann halt, glaube ich, schon schmerzhaft, wenn man dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Norm nicht erreicht und beziehungsweise jetzt auch keinen offiziellen Wettbewerb man hat, bei dem man es erreichen kann. Und das, ja, das finde ich schon eher drastisch, wie jetzt auf diese Emotionen zu verzichten, auch wenn es natürlich trotzdem, ja, irgendwie einen trotzdem bewegt, weil es einfach so so natürlich war im Endeffekt, auch dieses ganze Gefiebere mit Relegation und dann im Sommer Relegation gucken, das fällt einfach wahrscheinlich alles weg und ja, ist halt einfach irgendwie so ein bisschen Alltag gewesen, ja. Ja, wobei auf die Relegation kann ich verzichten, wenn ich so sage. Ja, aber ich meine, ich habe es immer gerne anguckt, wenn wir da nicht dabei waren, so habe ich es dir gemeint. Ja, also was mich halt so ein bisschen irritiert ist, dass es, dieser Profifußball, wo ständig solche, so riesige Ablösesummen bewegt werden, dass dem jetzt plötzlich das Geld ausgeht, nur weil es halt nur an Spieltagen nicht ausgetragen werden. Ich meine, klar, da hängt viel dran und das ist sicherlich bei den kleinen Vereinen auch nochmal anders als bei den großen Vereinen, aber irgendwie denke ich mir, das Geld, also das Geld ist ja da im Profifußball, irgendwo muss das ja dann auch, also irgendwo muss das ja hingehen und deswegen finde ich es ein bisschen komisch beim VfB, sind es angeblich 10 bis 20 Millionen Euro, die fehlen würden, wenn die neuen Spieltage jetzt nicht ausgetragen würden und der Seifert hatte ja gesagt, wenn wir die Saison nicht zu Ende spielen, dann gibt es am Ende vielleicht keine 18 Profiklubs mehr. Ja, keine Ahnung, was haltet ihr denn von der Idee, Geld für seine Tickets zurückzufordern? Da wurde ja irgendwie gesagt, von Bernd Sauter auf Profit in der Liga, wenn man halt das Geld zurückfordert, dann wird den Profis, die Goldsteak essen, irgendwie zumindest einen Salatplatz vom Teller genommen, was für anders Gold wert sein kann. Ich habe jetzt meine Tickets für Wiesbaden und Kiel auch noch nicht zurückgefordert, wie seht ihr denn das? Ja, im Endeffekt schwer zu sagen. Ich würde da auch so ein bisschen die Entwicklung abwarten, wie es denn aussieht, ob jetzt Thomas Hitzlsperger hat ja zum Beispiel gesagt, er möchte gern vorangehen, wenn es um Gehaltswitzicht geht. Von dem her würde ich mir das ein bisschen anschauen, wie da vielleicht auch unsere Profis reagieren, wie es tatsächlich im Endeffekt beim VfB aussieht. Ich gebe ja da schon immer relativ gute Insights und es auch da davon abhängig mache, aber für Dauerkarte hat man ja so oder so schon einen relativ festen Betrag bezahlt. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den aus Aufwand tatsächlich betreiben würde. Aber wie gesagt, abwarte. Willst du es machen? Ich würde es halt ganz gut finden, wenn es eine Möglichkeit oder wenn man eine Wahlmöglichkeit hätte, wo man sagt, okay, entweder ich fordere jetzt mein Geld zurück oder ich spende das zum Beispiel für den, wie heißt der junge Herr mit der Krankheit, der immer noch Geld sammelt? Dennis, genau. Dass man einfach so ein paar Button-Möglichkeiten, dass der VfB vielleicht mal proaktiv hat sich ja in letzter Zeit wirklich sehr viel zum Positiven geändert, muss man echt sagen, die ganzen Social-Media-Aktivitäten und so. Das würde ich einfach echt gut finden, dass man da so Buttons hat wie, hey, willst du dein Geld einfach so zurück? Ja, dann klick hier, so wie es manchmal ist, wenn man die Karte verkauft hat, wenn man krank war oder so. Oder klick hier, dann spende das an Dennis oder klick hier, dann spende das an die, an den Schwabensturm für die Aktion hier, einkaufen für ältere Leute oder so. Da würde ich das gerne, was weiß ich, das eine Geld dahin verteilen, das andere dorthin und ja, also zurückfordern jetzt. Also für mich ist das Geld jetzt eigentlich schon weg. Also ich habe es schon bezahlt. Ich würde es halt gerne guten Sachen zur Verfügung stellen und ich glaube, die Profi-Abteilung ist jetzt auf meine, weiß nicht, wie viel das zusammen dann sind, irgendwie 50, 60 Euro oder so. Obwohl, nee, drei Karten, ja, ist schon ein bisschen was, aber ich glaube, da wird nicht das Wohl und Wehe des VfB, der Profi-Abteilung davon abhängen. Viel interessanter wäre zu wissen, wie es dann mit dem EV weitergeht, weil da, der hängt ja dann irgendwie so ein bisschen an dem Tropf auch von den Profis, von dem Erfolgen und so, ne? Ja. Ja, oder ob man da sagt, man stellt das dort zur Verfügung oder keine Ahnung, oder dem, wie heißt der, VfB Fairplay oder irgend sowas. Ich würde einfach mir wünschen, dass sie da wirklich ganz offen rangehen, verschiedene Sachen anbieten und das dann wirklich gleich den Leuten zugutekommt, vielleicht auch mit einer, mit einer Anzeige, wo Geld angezeigt wird, wie viel ist da bereits jetzt dahin gegangen oder so, dass wirklich dann, wenn jemand da klickt, ich verkaufe meine Karte dorthin und kriegt da Dennis und dann erhöht sich gleich sofort die Summe, die an Dennis geht auf der Webseite und so, dass da auch die Leute ein bisschen angeregt werden, das zu tun. Ja. Ja, da müssen wir halt einfach mal gucken, wie das, wie das es weitergeht, ob die Saison überhaupt zu Ende gespielt wird, das wissen wir halt alle nicht. Das ist halt auch die Frage, die ich mir gestellt habe, ich hätte ja schon vorhin auf den Podcast da von Raphael Honigstein hingewiesen, ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass diese ganze Geschichte am Ende das Ende vom 50 plus 1 bedeuten könnte, weil er dann gesagt hat, wir brauchen das Geld jetzt einfach und dann heben wir es einfach 50 plus 1 auf und jeder kann sich von Investoren das Geld holen, wie er will, weil ansonsten der deutsche Fußball kollabiert, also keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch zu pessimistisch, aber ich fürchte, es waren ja nur noch Rückzugsgefechte, die man für diese Regelung gefochten hatte, weil es irgendwie klar ist, wenn jemand mal dagegen klagt, dann hat das wahrscheinlich eh keinen Bestand vom ordentlichen Gericht und ich fürchte, dass es sich damit auch dann endgültig erledigt hat, wenn die Vereine da so großen finanziellen Schaden jetzt aus dieser Krise herausziehen. Mal schauen. Ja, und wir sehen, ist, denke ich, meiner Meinung nach im Moment noch gar nicht so richtig absehbar. muss man nicht einen Teufel an der Wand malen. Ist ja dann noch ein bisschen Zeit, dadurch, dass ja die Euro 2020 dann auch erstmal verschoben ist auf nächstes Jahr, ist ja noch ein bisschen Zeit dann im Sommer, wo ja eigentlich die Europameisterschaft geplant war. Ja, vielleicht kriegt man es ja dann doch noch irgendwie hin, dass man sagt, okay, irgendwann gibt es dann schon eine gescheite Therapie, die dann auch wirkt und wir können wirklich langsam wieder zum Normalzustand zurückgehen, weil es ist ja auch so, dadurch, dass eben die Wirtschaft jetzt momentan wirklich fast still steht, weil viele eben zu Hause sind, da muss einfach was passieren. Irgendwann muss es wieder weitergehen. Irgendwann muss man sagen, okay, jetzt packen wir es wieder an und dann gehören natürlich auch irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen dazu. Wir können noch mal kurz auf ein paar Sachen eingehen, wo das Geld vielleicht sinnvoll angelegt ist, vielleicht sinnvoller als beim VfB. Wer weiß, ich möchte es auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Es gibt vom Schwabensturm, überhaupt von den Ultra-Gruppen, aber das ist erstmal eine Expedition vom Schwabensturm. Da gibt es den Twitter-Account at gemeinsam, also gemeinsam helfen heißt er, at gehelfen, die bieten Einkaufshilfe an für Leute, die halt in der Risikogruppe sind. Einfach mal diesem Twitter-Account folgen, würde ich sagen, da sind alle Infos. Da kann man sich auch daran beteiligen, wenn man nicht Mitglied beim Schwabensturm ist. Einfach Leuten, die halt zur Risikogruppe sind, Einkäufe erledigen, die halt nicht rausgehen sollten. Was auch cool ist, dass Klaus Vogt, der Präsident des VfB, sein Auto, oder ein Auto, weiß nicht, ob sein Auto, aber ein Auto auf jeden Fall dafür zur Verfügung gestellt hat, für die Einkäufe. Und der VfB das auch nochmal darauf hingewiesen hat, auch über Günter Schäfer im Video. Und heute haben sie ja auch einen Clip gemacht bezüglich Applaus für Pflegekräfte und sämtliche Profis, die sich da per Video-Chat gemeldet haben. Ja, genau. Und das Kommando Cannstatt ruft zum Blutspenden auf, weil das momentan wohl auch knapp ist, weil die Leute Angst haben, Blut zu spenden und die unterstützen durch Spenden ein Krankenhaus in Cesena. Die sind ja mit der Ultra-Gruppe da befreundet in Cesena und genau, da kann man auch einfach mal bei denen auf die Seite gehen, bei beiden Ultra-Gruppen, weil die da echt viel Gutes tun. Der VfB, das habt ihr auch schon gerade gesagt, die machen auch viel Gutes. Die haben beispielsweise dieses Flatten the Curve, dieses Bild gepostet und wirklich nochmal allen Leuten eindringlich klar gemacht, stay at home, bleib zu Hause. Es gibt ja verschiedene Sachen, irgendwie Stay-at-Home-Challenge, wo Leute mit einer Klopapierrolle jonglieren und so Geschichten. Also ich finde auf jeden Fall, dass der VfB da echt sehr viel richtig macht, auch Social-Media-mäßig. Ich hätte dann noch einen kleinen Hinweis, was sie noch zusätzlich machen können. Sie könnten jetzt wirklich mal sowieso für die, die Dauerkarten haben, Mitglied sind, VfB-TV kostenlos freischalten, aber jetzt wäre es auch mal eine gute Gelegenheit. Kannst du eben In-Skumpen gerade. Nee, aber vielleicht kann man ja irgendwelche coolen alten Spiele oder historische Sachen oder irgendwelche In-Sinn-Etat-Mor-Machen. Das können sie ja, das kann man doch alles vom Homeoffice her machen. Da habt ihr doch gescheite Leute dafür und die dann vielleicht mal so ein bisschen, ja, vom Homeoffice irgendwie so coole Sachen ansagen, irgendwelche historischen Sachen. Ich kenne auch viele Sachen ja nicht von den ganz alten Dingern. Ja, wo wir hinter einen eisernen Vorhang noch waren, würde ich vielleicht auch gerne gucken. Das wäre doch mal eine coole Sache jetzt. Da habe ich eine Empfehlung für dich und zwar auf dieser Seite rundumdenprustring.de, da gibt es ein VfB-Videoarchiv. Ja, ich weiß, aber wäre doch schön, wenn das ein bisschen motiviert wäre oder so, wenn Hitzelsberger irgendwie selber das Spiel damals kommentieren würde oder so, mit Anekdoten oder so. Das wäre doch mal was, weißt du? Das kann man doch vom Homeoffice her machen. Das stimmt, das stimmt. Genau, ihr hattet gerade den Studenten angesprochen, der ist in der Tat Teil der Risikogruppe. Den sollte man auf jeden Fall auch weiter unterstützen. Ich meine, klar, man kann irgendwie, es gibt so viele Leute, die man unterstützen sollte, müsste. Aber wenn ihr jetzt gerade denkt, okay, wo könnte ich denn das Geld hintun, dann könntet ihr das unter anderem dem Dennis spenden, über den reden wir ja quasi jede Folge. Da steht das bei 97.800 und wer dem auf atdennisme1893 folgt auf Twitter, der sieht, dass es dem gerade echt nicht gut geht, weil er halt einfach wirklich gefährdet ist durch diesen Coronavirus. Ja, Dietmar Hopf war ja auch nochmal ein Thema, der war ja schon in einer der letzten Folgen, haben wir den kurz angeschnitten, haben auch einen Artikel auf dem Blog geschrieben, dessen Firma, oder er hält wohl 80% Anteile an einer Firma, die an einem Impfstoff forscht und der hat Donald Trump sozusagen den Mittelfinger gezeigt und hat gesagt, nein, wir produzieren das nicht exklusiv in und für die USA. Woraufhin dann gesagt wurde, seht ihr mal, wie könnt ihr denn den beschimpfen oder kritisieren, der ist doch so ein guter Mensch und ich finde das halt, ich finde, man kann ihn weiterhin dafür kritisieren, dass er Hoffenheim in die S-Liga gehievt hat und man kann ihn aber dafür loben, dass er abseits des Fußballs gute Sachen tut. Klar, dass diese ganze Hurensohn-Geschichte, dass jemand einen Hurensohn nicht zielführend ist, da sind wir uns, glaube ich, eh alle einig, aber ich finde, man kann das halt differenzieren zwischen seinem Fußball-Engagement und seinem sonstigen Engagement, oder? Wie sieht es aus? Und trotzdem muss man halt so einen Mensch, der sehr, sehr viel Gutes tut, der unter anderem auch sehr viel Gutes tut für die Uniklinik in Heidelberg und mit Sicherheit dazu beiträgt, dass vielleicht viele Krankheiten mittlerweile dort geheilt werden können oder viele Dinge dort behandelt werden können in einer Form, wie sie vielleicht im Rest von Deutschland nicht behandelt werden können oder der jetzt halt auch da direkt gleich sagt, nur ich zeige die rote Karte, muss man dann meiner Meinung nach trotzdem halt als Hurensohn bezeichnen, also tut mir leid. Da sind wir uns einig, klar. Ja, genau, ich glaube, da sind wir uns einfach einig und die Form und die Art und Weise der Kritik vielleicht definitiv angebracht bezüglich Hoffenheim, wenn man es denn so haben will. Für mich persönlich erschließt sich immer noch nicht, warum sich der Hass so stark gegen ihn richtet. Wie gesagt, für mich ist Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg und diese ganze Red Bull-Maschinerie das viel Schlimmere und ja, dementsprechend differenziert ja, aber bitte nicht irgendwie verteidigen, dass man den jetzt halt Hurensohn nennen kann, weil er sich Hoffenheim gekauft hat. Nee, das ist klar, mir ging es nur halt darum, man muss es halt differenzieren. Ja, definitiv. Ja, jetzt haben wir relativ viel über Sachen gesprochen, die beim VfB nicht stattfanden, drei Sachen sind, oder drei Sachen mit VfB-Bezug. Gab es trotzdem in den letzten drei, die letzten zwei Wochen, seit wir aufgenommen haben, nach dem Bielefeld-Spiel, Rainer Adrion wird Mitglied im Aufsichtsrat der VfB AG, das hatte Klaus Frucht ja schon angekündigt. Meinungen dazu? Ja, es wird jetzt so überschattet von den anderen Themen irgendwie gefühlt, ja, kann ich mir jetzt noch kein richtiges Urteil erlauben. Also er hat zumindest bei der Mitgliederversammlung ja ganz gut gesprochen, also wenn er da, wenn er denselben Elan mitbringt und da was bewegt, dann wird es schon ganz gut werden. Ja, ich denke auch. Also ich hatte ein Interview mit ihm gehört bei meinem VfB bei Port Cannstatt und da hat er halt so, ja, der kam halt für mich so ein bisschen altbacken, wo man dachte, ja, so der Mario Gomez, er hat irgendwie gesagt, halt alle Spieler quasi, die er mit ausgebildet hat, die müssten quasi immer spielen und sowas und ja, aber schauen wir mal, er ist ja dann Aufsichtsrat und kein Trainer. Insofern, wer auch Trainer ist, Trainer wird, ist Frank Farnhorst, den kennt man noch aus der Bundesliga, ich glaube, bei Bremen früher gespielt, Bochum glaube ich auch und der wird in der kommenden Saison Trainer der U21, wenn auch immer, wann auch immer diese kommende Saison anfangen wird. Aber nachdem der bisherige Trainer Paco Vassi in der Winterpause Richtung China verschwunden ist, ist auch eine Frage, wie es dem jetzt geht, ob der noch da ist oder ob der mittlerweile auch wieder zurück in Deutschland ist und nachdem Michael Gentner das ja noch bis Saisonende macht, wird Frank Farnhorst, Frank Farnhorst, Trainer der U21, war bisher bei Schalke im Nachwuchsbereich und wer ihn noch kennt, Alex Klepp hat endlich seine Karriere beendet, er ist ja immer mal zwischen Weißrussland und in Weißrussland hat er zuletzt gespielt, glaube ich, ist es aber auch schon um die 40 und hat seine Karriere beendet. Ja, das war es eigentlich soweit. Normalerweise würden wir es noch sagen, dass sie uns finanziell unterstützen können, aber ich glaube, andere Menschen, andere Institutionen haben es gerade echt nötiger als wir. Deswegen würden wir an dieser Stelle auf diesen Hinweis verzichten, zumindest auf den ausführlichen, wenn ihr das trotzdem tun wollt, dann guckt einfach mal auf Rund um den Brustring, die ihr unterstützen, also Rund um den Brustring, die ihr und dann auf unterstützen vorbei. Genau. Jo, wie werden wir das weitermachen in dieser fußballfreien Zeit? Wir werden auf jeden Fall nächste Woche noch eine Podcast-Folge aufnehmen mit Roberto Hilbert, mit dem wollten wir eigentlich gestern schon aufnehmen, aber der ist Vater geworden, wie man auf seinem Twitter-Feed sehen kann. Deshalb stellen wir noch mal herzlichen Glückwunsch. Mit dem wollen wir reden, über die Meisterschaft 2007. Wie wir das genau machen, das seht ihr dann, wenn ihr es hört. Oder wie hört ihr, wenn ihr es hört? Wir wollen auch die anderen Meisterschaften nochmal aufarbeiten mit Gesprächspartnern und der Möglichkeit. Vielleicht finden wir nochmal Gesprächspartner für andere bekannte, große Mannschaften. Keine Ahnung, vielleicht kriegen wir ja Alex Klepp nochmal als Mikrofon. Keine Ahnung. Ja, also wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir sprechen sollen, wer weiß, wie lange diese Pause geht, dann schickt uns gerne Themenvorschläge, wir schauen, was wir daraus machen. Ja, also es werden wahrscheinlich häufiger so folgen, vielleicht sein entweder halt mit irgendwelchen Gästen, ich freue mich, dass es mit Roberto Hilbert klappen wird oder wir treffen uns einfach nochmal so und reden darüber, wie es halt das gerade ist mit Corona, wie sehr wir den Fußball vermissen, keine Ahnung. Also es ist für uns auch, glaube ich, als Fußballpodcast eine neue Situation. Genau. Ja, schauen wir mal. Also ihr hört auf jeden Fall mal weiter regelmäßig von uns, wenn ihr das wollt. Wir bleiben euch dry. Genau. Ja, dann war es das, glaube ich, schon mal mit unserer ersten Folge jetzt in der Corona-Pause. In der Hoffnung, dass es nur eine Pause ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt jetzt noch was, wobei ihr unbedingt sprechen wollt, ihr beiden? Nö. Eigentlich nicht. Bleibt alle gesund. Genau. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Schreibt Kommentare. Genau. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit Roberto Hilbert. Freut mich schon ein bisschen drauf. Genau, wie gesagt, bleibt zu Hause, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.